weil die pille ist zu wertvoll, sag ich mal. WAAAAAAH! WAAA! Fuck you! Nimm die pille! Jetzt hin! Jetzt hin die pille! Morgen Jungs! Und Mädels! Willkommen zur wahrscheinlich letzten oder was sagt wahrscheinlich? Es ist die letzte SEP-Episode, prä-version 1.0. Die konnte ich wahrscheinlich nächste Woche. Ja, so ist ja angekündigt. Ich weiß nicht, vielleicht verschiebt sich in letzter Sekunde noch mal was. Dann kommt es dann erst zu Weihnachten oder so. Also sie ist am 31. Juli announced. Und wir spielen die Epic Breach Mod. Wir sind auch dabei. Genau, das wolltest du noch sagen. Also jetzt ist die Epic Breach Mod dran. Am nächsten Mal die Version 1.0 in ihrer reinsten Form. Und es gibt ja immer nur neue Sounds. Im Epic Breach Mod, ja. Ja, wir haben dann kurz mal so ein Vroom gehört am Anfang. Das hat mir schon ziemlich gefallen. Dieses Vroom war das. Klingt schon cool. Und die Musik, die... Ist schön beruhigend. Aber gleichzeitig ein bisschen so Bässe im Hintergrund. Ich spüre nichts. Also mach es vorsichtig. Dass du es korrupt ist. Also soll hier dann wieder mal passieren. Die Stimme jedenfalls nicht, glaube ich. Jedenfalls, glaube ich. Er ist so klar. Aber die Stimmen, die kommen schon bekannt vor. Was soll ich sagen? Der Sound stüm. Attention all Class D Personnel. Please enter the containment chamber. Habe ich eigentlich mal gesagt. Ich erinnere mich am 19.00 Uhr noch mal dann meine Meinung in Coke aus dem Gefrierfach zu holen. Da ist nämlich genau 2 Stunden drin, dann kann ich die instant wie chillen. Chill? Ja. Wenn du die aufmachst und das zischt, dann wird es nur zu Eis. Wenn es vorher noch nicht gefahren ist. Das ist ja fett dramatisch. Alter! Das war's geil. Hier oben. Voll epic. Ja, das war echt epic. Did you hear that? Seid ihr es immer? Das klingt auf jeden Fall dramatischer. Teilweise. Hab ich alles? Sind ja keine Batterien mehr? Das sind nicht immer welche. Manchmal ist da nur eine, manchmal sind da drei. Oh, hat aufgemacht. Warte? Nein. What's happening? Hallo. Heißt drin der Pinna? Ja. Ich lock ihn raus. So, wieso gehst du nicht durch? Was ist denn für ein Schwanz? Der stand noch mitten drin, oder? Schaff ich das? Ja, jetzt weiß ich nicht wo er steht. Oh, du hast verkackt. Nein. Du bist gar nicht drin? Ja. Jetzt frage ich dich an dieser Stelle, war es das wert? Wieso bist du nicht einfach durchgegangen? Der stand noch mitten im Raum. Ne Ahnung. Wird es doch locker vorbeigehen können. Jetzt machen wir ein neues Spiel. Okay. Also. Ja, das überspringen wir jetzt mal, damit es ein kleines bisschen schneller geht. Verkackst bitte nicht. War Absicht, oder? So, das haben wir jetzt davon. Okay, lass mal es vorbeigehen. Oh Junge, habe ich jetzt unsere Aufnahme? Ne, die läuft noch. Nein, die läuft noch. Ach. Wir haben auch Graphics. Wir haben nur die Sounds getauscht. Ja, das kommt ja auch so manchmal. 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 Nein. So überspringen wir dann ein bisschen. Ja, klar. Wir können ja gerade Outtakes hinten dran machen. Voll. Da, wo du das erste Mal verkackt hast auch. Wie meinst du, machen wir jetzt mal komplett neu, oder was? Nein. Ich meine, das, was du als erstes gespielt hast, was wir nicht gezeigt haben, ist ja trotzdem eine Aufnahme drin. Achso. Und das zeigen wir dann als Outtake halt. So. Jo, da sind wir wieder. Ein MAV später. Oder irgendein Graphical Dingsbums Error. Weiß nicht, ich hab's nicht gelesen. Dice. Oh, das hatten wir ja schon mal und das war nicht gut. Lassen wir's mal. Intro weg. Ja, das kennen wir ja jetzt schon. Mobile Task Force MTF. Intensively trained. Das ist not just trained, but intensively trained. Denk mal lieber nach. Gar nicht zugehört. So. Mach jetzt gescheit. Alter, jetzt bin ich hier. Der... Beginning Room, der kommt aber. Was war da links? Was war da links? Ah, du nervst mal. Ja, du fallst jetzt ein neues SCP. Jetzt kommen wir doch. Jetzt hab ich Angst. Dank dir. Sehr gut. Ich scheiß mir grad voll ein. Ich wies. Ja komm, hol dein Staff. Der Arsch ist nicht drin. Der ist da nicht. Man sagt nicht immer Arsch. Wieso? Das SCP 173 und das ist cool. So, da ist er nicht drin. Durch. You sure? Ja wenn, dann steh ich direkt an der Tür. Oh jebe. Hat doch geklappt. Hat doch geklappt. Junge. Bäm. Rechts. Ja. Mal gucken. Hör mal an der 3. Hör mal an der 3. Jetzt wissen wir, dass er da ist. Da legen wir was hin. So eine Batterie. Ein Ei. Batteries. Wer braucht denn die Batteries? Niemand. Das brauchst du, wenn du... Boah. Das knallt ja rein, Junge. Das ist schreckhaft. Das brauchst du. Ich brauch ja gar nicht mehr. Wenn du nicht den Ultimate Navigator willst, um halt zu sehen, wo du schon warst und wo nicht. Das war ein künstlerer Sound. Das war scharf. Du wärst fast gestorben. Ja vor allem steht das ab normal weit vorne irgendwie. Der steht da nie, oder? Das müssen wir alle merken. Rechts. Immer rechts. Immer rechts. Immer rechts. Gucken wir mal. Oh. K-Card, K-Card, K-Card. K-Card, K-Card. K-Card. He's in there. hier weiß man das geschlecht von dem das ist es alles sind die alle neutralen geschlechts unabhängig davon es ist eine sdp humanoider form ist oder so oder ob es einfach hier so so ding ist so eine sache hat wie der ring zum beispiel müsste es nicht eigentlich die sdp heißen die prozedur das bezieht sich ja dann mehr darauf wie damit umzugehen ist als das was es ist ich kann nicht drüber nachdenken wo geht es jetzt hier lang du musst zurück zu dingeln oder du hast die level 2 jetzt musst du zu nein vor Du bist so schlau. Ich weiß. Hey, da komm ich nicht hin. Ah ja genau, durch die doppelte Tür durch die Drehtür bin ich gegangen. Ja, ganz schön. Und irgendwie filmen die Sounds, kann das nicht? Sogar keine Backgroundmusik. Was ist da los? Keine Ahnung, ist aber nicht so epic. Normalerweise ist ja auch immer so ein bisschen Music im Hintergrund. Haben wir es kaputt gemacht? Vielleicht genauer mal spielen. Wahrscheinlich. Aber jetzt hat man halt die Ambient Neues ist besser. Das Spiel ist eh voll verpackt. Ich bin gespannt, was da alles in der Sion 1.0 gefixt wird. Ja, wo waren das jetzt hier? Ja, meinst du, es gibt krasse Änderungen hier von der Oberfläche? Oder mehr, das hat... Wie gut, die neuen SCPs kommen eh dazu. Aber meinst du, gibt es so eine große Änderung, wie jetzt beispielsweise auf Verso 0.7? Wo das neue Room Layout ja introduced wurde? Äh, ich glaube nicht. Da stand zumindest noch nichts in der Ankündigung. Da standen halt viele, viele Bugfixes. Ist das? Das ist ja gut. Alter, der Sound war Hammer. War der jetzt neu? Ja. Der war neu. Der war nämlich nicht nur das Shepern, sondern so ein... Im Hintergrund. Wo war denn das Ding, weißt du es noch? Ziemlich am Anfang. Ich hab keine Ahnung, wo du jetzt da tausendmal hin und her gelaufen bist. Nee, das war ich doch gerade wieder in dem... Du bist doch viel später durchgegangen. Da müsstest du jetzt in den Red Room da gehen. Und da kommt die Zone. Du musst weiter zurück gehen auf jeden Fall. Der geht durch den Red Room. Der Red Room ist doch einfach nur hier. Ja, da geht es weiter. Oder geht er links? Der Red Room ist doch einfach nur... Schau, da geht es ja nach rechts. Ja. Das ist ja hier. Dann geht er da lang. Und dann? Das ist doch voll falsch hier irgendwie. Da kommen wir dann... Jetzt geht es gleich raus. Da ist dann der shepernde Raum hier. Ja, da musst du hin. Ach, wir sind von der Seite gekommen, stimmt. Und dann müssen wir wieder hinten nach rechts. Sind wir da hergekommen, oder? Puh. Das ist überhaupt andere Richtung. Das ist alles. Ich kann mich zwar auch täuschen, aber... Das müssten wir. In alle Richtung, hast du doch gesagt. Ja, da bin ich mir nicht sicher. Jetzt warst du schon auf dem Weg. Ja, das ist der schon. Das war da, wo das Wald vorne stand. Ja, glaub ich schon. Da. 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 Heilands, nee. Guard it. B.A. Zwei. Alter. Insertiert. Findest du jetzt auch ein neuer Zoned? Das werden wir gleich hören. Zoned. Weiter. Nein, du weißt doch gar nicht, wie das geht. Sag dir und warf den... Zeig's mir. Zeig's mir ein bisschen. Show me. Ups, da wollte ich nicht nehmen. Ha. Biatsch. So. Auch sehr gut. Ups, irgendwie fehlen mir die Hintergrundsounds. Das ist irgendwie kaputt. Mit diesem... Spiegel. Mit dieser Session. Also... Not very episch. Aber am Anfang war cool. Am Anfang war cool. Am Anfang war cool. Aber warum hab ich eigentlich auch very fine gemacht? Ich sag doch selber immer. Ja. Das ist aber gut. Ist es gar nicht. Schön. Sehr gut. Wie heißt du schön? Das hat very fine, das klappt doch. Ja. Sind wir eins zu eins oder fein? Das geht aber auch gleich mit very fine. Hä? Ja, haben wir das schon geschafft. Ja, fein auch, oder? Ach, keine Ahnung. Aber... Vor allem, warum geht das jetzt nicht? Mach very fine, komm. Was? Nein. Den fuck. Fuck shit. Was ist denn da wieder los? Hast du eigentlich die Gasmaske gemacht? Nee. Oder du hast nur den Navigator gemacht? Ah, du cockding sie. Vielleicht hat er das mal gefixt hier. Oh, das liegt doch nicht drin, oder? Doch. Doch, shit. Das klappt. Und very, komm. Come on. Sehr gut. Nein. Schön. Sehr gut. Was ist das? Und dann kommt er da gespielt. Wie heißt du schön? Fragt das Kind, mein Name ist Elfrida. Dann fragt er wieder, was fühlst du, wenn du Kuscher isst? Dann sagt sie, wenn ich Kuscher esse, macht das mich ganz glücklich. Very? Very. Never. Very. Never ever again. Never ever again. Oh. Du wirst noch nie, wenn du so weitermachst. Ja geil. Ha. Dem hab ich gegeben. Level 3. Reicht doch. Komm, mach die zwei nochmal. Very. Mach die zwei Very nochmal. Komm jetzt. Nein. Wieso, du hast noch eine Level 3. Oh, ich will das nicht. So. Falsch. Äh. Rechts. Wo? Ist das wer? Nein. Das ist niemand. Puh. Puh. Hm? What are you doing? Ganz kurz, wie lange wir schon spielen. Du. Okay, geh weg. Kannst du mich verpissen? Ich seh zu und kommentier. Wo haben wir jetzt den? Anstande. Ja, vor allem das. Ja. Das sind aber auch allen Grund. Ja, ist ein Spiel. Aber jetzt sag mal bitte. Wo haben wir denn hier? Die... Die... Weißt schon. Den Übergang zur nächsten Zone. Nicht da. Da nicht. Ja, das war nie durch. Leather in our lives. Oder so. Das ist nicht mehr ganz falsch. Du gehst doch da lang. Oder? Ach so. Okay, komm. Ja. Jetzt... Was ist? Ah, okay. Nee. Ein Schlucken, gell? Irgendwie. Das ist ja wie wenn... 106 kommt. Du... 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 Hey, wir haben wieder Musik. Ja! Warum wohl? Warum ist der da drin? Jetzt? Wo mach ich das? Dann da rein. Was machst du für... Manners? Ja, da geht man nicht vorbei. Du sollst ihn da reinlocken in den Raum, wo du gerade drin bist. Ja, wie schmal der Gang ist. Da kommst du ja wohl vorbei. Stell dich halt an. Geil, Alter. Der ist sauber gut. Bitte, danke. Jetzt? Jetzt... Ja, danke. Ich mach da auch. Ich gucke mal auf dem Navi. Ah. Sonst hätte ich ja noch weg. Hm. Ich muss irgendwo hingehen, wo du schon warst. Auf jeden Fall. Ja. Machst du da schon? Ja, das ist das genau. Perfekt. Jetzt gibt's da was. Da ist der Red Room. Was ist da? Da ist doch die Zone, schau. Ah, okay. Da ist der einfach in dem Raum stand, ne? Aber normal sterben wir in solchen Situationen. Ich find's gut. Ja, wir sind immer gestorben. Los, insertiere. Ein Insider ab. Du labest. Was geht denn jetzt ab? Sin Spin. Hä? What? Seit wann ist da ein fucking Keypad? Wir haben schon das originale SCP genommen. Ja. Ich kenn keine Mod, wo da jemals ein Keypad war. Stimmt, da müssen wir ja schon tieflegen. Das ändern hier. Ja, toll. Ist es ein Bug, oder? Hallo? What is that? Hatten wir irgendwo ein Office? Das heißt, steht da irgendwo eine Combination? Vielleicht geht's mal hier lang. Vielleicht geht's da nochmal nach links. Ich glaube, wir müssen irgendwo lang gehen. Vielleicht ist das ein Doppelstandteil der Mod. Ja, aber es ist nur der SFX Ordner getauscht. Na, das ist komisch. Vielleicht soll man da nicht lang. Vielleicht gibt's immer nur einen, einen, äh, hier. So einen Entrance-Ding. Äh, nicht. Äh, scheiße, mein. So eine Pforte. Da ist keins, ne? Ja, fällt besser aus. Oh, das ist so dunkel. Ja, manchmal, wenn es mehrere gibt, halten wir ja schon mal. Da hatten wir so drei Stücke nebeneinander, irgendwie so parallel. Und zwei davon haben ein Schwarzgefühl einfach. Aufzug? Ja, klingt irgendwie so. Achja, dann wäre es so ein 1.0. Da soll ein alter Bekannter aufzug fahren können. Einer mit einer Maske. Davon habe ich noch nichts gelesen. Tja. Ist ja Bescheid. Was ist denn das denn her? Wahrscheinlich ganz neu geleakt worden, ne? Das ist ja auch Blödsinn, der ist da unten. Du das. Alter, was ist das für ein Kacksaum hier? Oh, du. Ich denke, kannst du dir die Pille holen? Der ist bei random hier generiert. Im M1.0. Aber jetzt müssen wir erstmal weglaufen. Der Tunnel? Ja, der ist von Juan Pro. Schaut er dann so aus wie bei Ding. Was war das? Was war das? Wo der Tunnel so richtig abgefuckt war? Das ist mies der Sound, ne? Woah! Woah, der Fahrer. Ich kann nicht mehr rennen, ich kann nicht mehr rennen. Ja, dann nimm mal die Maske. Da seh ich aber nix. 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 Vielleicht scharpt es wahrscheinlich hier. Ich komme von vorne. Saumies, ey, saumies. Die Sound sind echt voll schlimm, ne? Das macht es richtig dramatisch. Ja, die Musik kenne ich jetzt nicht so. Doch, mega. Und diese komischen Schritte oder was war da? Wieso hast du nicht den Aufzug schon mal geholt? Das ist ja klar. Das ist ja klar. Hattest du es viel besser gemacht, weil der so ausfaded, der Sau. Hm, hol dir die Pille. Und so weiter. Ja, ist nix. War das der Aufzug? Der ohne Gang. Ja, der ist es. Push the button but nothing happens. What? Das wird auch mega fies. Wenn du da zum Beispiel den Aufzug holst, dann geht die Tür auf und dann steht da irgendwas drin. Das wäre richtig hardcore. Haben wir ja schon mal gesagt. Schon bei Ewigkeiten. Echt? Nee, nicht mehr. So 173 oder so. Oder schlimmer. Gibt es noch was Schlimmeres? Ja. Containen wir den mal. 173 ist jetzt ziemlich static, solange du ihn anschaust. Ja, eben. Muss sie dann schauen. Aber wenn jetzt zum Beispiel der, 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 der Zombiearzt da rauskommt, der Verfolgtliche. Das ist zu einem gewissen Grad. Also ich bin 173 voll am schlimmsten. Mit, mit, mit. Ja gut. Mit dem 96er ist auch böse. Ja gut. Von 96 gibt es halt echt null entkommen. Keine Chance. Wenn der hinter dir herst, dann ist es vorbei. Ja wie ist es dann mit dem Arzt? Mit dem Doc? Der Verfolgt einen ja auch unendlich oder? Nee, das glaube ich nicht. Nur wenn du, glaube ich, ein unmittelbarer Reichweite so bist. Soundtune transmission hier haben wir an. Ich höre gar nichts. Stimmt. Break mal. Verstattung wenigstens. Gute Motto. Warte, den Soundvergust. Das ist aber gut. Das ist gut. Oh. Gute Motto. Warte, den Soundvergust. Das ist aber gut. Von den cool. Das ist auch wenn er kommt. Oh, das hört man ja vor, da kann ja jetzt, wenn der kommt. Da müssen wir noch ein bisschen so besser ausfaken, ne? Ja, guck mal, mach auf Sound. Boah, das lacht. Ah, ja, was ist das denn? Ja, teilweise sind die schon Miesti-Sounds, oder? Muss ich schon sagen. Da kriegt man schon mehr Angst als davor noch. Boah, da geht's. Und jetzt auch wieder eine Melodie zu hören. Eine Melodie. Mildi. Dann machen wir mal ein bisschen langsam. So, und so. Wunderfach. Das hat, glaube ich, erst cracked. Ich glaube, jetzt haben sich die Räume wieder gedreht. Hm, gar nicht. Das ist der Zombie dann. Ja, wollen wir den mal wieder angucken, den Menschen hier? Also den... Gucken an! Was er sagt vielleicht. Er sagt dir irgendwas anderes. Der sagt dir irgendwas. Greetings. Broo! Broo! увидеть! Boah! Naja, bist du sicher, wenn ich mir da nicht abführe? Ja, doch. 85%, dass er nicht nur unten ist. 85%, hast du gerade ausgerechnet, ja? Ja. Dann vertraue ich mal deinen Kalkulationen. 84, 83, 82. Ne, das ist nicht mal weh. Passt schon, ist okay. Ah, das tat weh. Ja, willst du ihn heraufbeschweren? Wir führen das finstere Ritual durch. Ja. Ja, komm. Hier da rein. Wow, 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 wow. Das hab ich nicht gesagt. Ja. Ne, das war das aber alt. Ne, die ist neu. Echt, so ne tiefe Röhre hatte? So ne tiefe Röhre? Oh, 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 oh. Gebt euch auf die Sachen. Hast du Glück. Alle dafür war der andere F-Horin irgendwie vertauscht. Die waren vertauscht mit dem Enhanced-Hand. Wir fahren nicht. Leute, wir fahren nicht. Wir sterben. Hast du Items? Die Pille kann man die nehmen dagegen. Aber der ist dann da drin, der fährt mit hoch. Oder tut er das? Ja, der zählt sich auf jeden Fall. Das hab ich, das hab ich. Wenn du, wenn du, wenn du, wenn du Zombie bist, dann verteile ich die Pille dann davon. Aber ich glaub, du wirst trotzdem erschossen. Jetzt ist es ganz kaputt. Schau mal. Ja, lauf halt ein bisschen. Ich hab echt gedacht, es ist vorbei. Ist ja voll mega der gute Cliffhanger gewesen, ne? Wollen wir machen? Ne. Ne, wir spielen das jetzt zu Ende. Ich leb eh nicht mal lang. Alter, wir spielen ja schon so lang. Die wollen doch alle im XXL Episode. Haben sie aber wieder was. Ja, ja. Vor der 1.0 und dann gibt's auch noch mal XXL. Vielleicht. Wir wissen es nicht. Ernsthaft? Gehst du ja wieder zurück? Na klar, kein Problem. Nö. Ist ja nicht so, als würde der... Nimm die Pille und rein durch. Gas Mask Pille und... Gas Mask mit überhaupt nichts. Das war mit nem Witz. Weil die Pille, die sind zu wertvoll, sag ich mal. WOOOOO! Fuck you. Nimm die Pille. Jetzt hin. Jetzt hin die Pille. Dock. Wo ist der Dock? Dock. Da, 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 da. Lauf! Schneller! Er rennt nimmer. Er rennt nimmer. Er rennt nimmer. Was? Irgendwas mit du siehst? Jetzt ruckelt er mega. Jetzt mach die Masse. Wieder weg. Ah. Nein! Was machst du? Ding! Er schreibt schon mal, verfolgt sie dich nicht ewig. Alter. Millionen. Guck mal, das hat nicht mehr was mit den Sounds zu tun. Schwesterlein, was tun sie. Der fährt mich da nicht. Ja, aber ich glaube, der verfolgt sich nicht. Ey, das ist doch wohl kaputt, oder? Der verfolgt dich scheinbar nur, wenn er in Sicht weit ist und das Spiel ist abgekackt. Ja, ja, wir waren eh schon über der Zeit so. Ah, das eine Mal war nicht weh. War schon krass, muss ich jetzt sagen. Ja. So eine krasse Episode hat man jetzt schon lange nicht mehr eigentlich. Am Anfang wegen den Sounds, am Ende wegen den Zombies und so. Ja. War gut, war gut. Nächste Woche Version 1.0 Premiere Deutsch-German Facecam. Genau, nur bei uns. Follow me und Twitter. Fearing HD. Ich glaube nicht, dass irgendein anderer deutscher Channel... Der Rest soll mal ordentlich subscriben und so. Genau, ich glaube nicht, dass ein deutscher Channel voranspielt. Ja, und unter uns ist der Subscribe-Button. Oder? Was? Ich glaube nicht, dass anderer deutscher Channel auch die Version 1.0 spielt. Zumindest nicht sobald wie wir. So gut wie wir. So gut wie wir und sobald wie wir. Vor allem so viel wie wir. Auch. Ja, wir testen ausgiebig. Kennt ihr, unsere Zuschauer, kennt ihr andere deutsche Channels, die constantly SAP-Tempisch zocken wie wir? Das heißt immer noch und regelmäßig. Wöchentlich. Ja, das sowieso noch. Ja, da sind wir schon so. Oder generell welche, die das so oft spielen wie wir. Hat sonst irgendein Let's Player über 70 SAP-Episoden? Market Player hat viele, aber ich glaube 70 auch nicht. Das müssten wir mal investigaten. Ja. Wisst ihr Bescheid, seid gespannt, wir sind es und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Und die Bewertung nicht vergessen, ne? Ja. Tschüss. Sowieso. Gleichzeitig. property. Gott. Eurofen. Ja, alles. Alles. Was ist wirklich das?